Willkommen in der Welt von Outlast. Eine Welt, die mehr Komfort bietet. Outlast wurde ursprünglich für die NASA entwickelt, um Astronauten vor Temperaturschwankungen zu schützen. Heute erhöht Outlast den Lebenskomfort tausende Menschen und wurde dafür mit dem Gütesiegel Certified Space Technology ausgezeichnet. Mit Outlast ist es nicht zu heiß und nicht zu kalt. Man fühlt sich genau richtig. Outlast Materialien dämpfen Temperaturschwankungen ab. Sie nehmen überschüssige Wärme auf, speichern diese und geben sie wieder ab, wenn der Körper sie braucht. Hier einige Beispiele. Während der Nacht ändert der Körper mehrmals seine Temperatur. Outlast Produkte sorgen für einwandfreien Schlafkomfort. Überhitzen wird vermieden und dadurch Schwitzen erheblich reduziert. Der Mensch schläft gesünder und wacht erholter auf. Auch im Arbeitsalltag. Der Körper passt sich dank Outlast an äußere Temperatureinflüsse besser an. Das Wohlbefinden wird sogar in Stresssituationen enorm gesteigert. Bekleidung, Schuhe und auch Sitzbezüge mit Outlast garantieren mehr Komfort. In der Freizeit, beim Reisen, Shoppen oder anderen Aktivitäten. Atmungsaktive Produkte mit Outlast erleichtern den Übergang von drinnen nach draußen automatisch und gleichen Wetterschwankungen aus. Outlast Schuhe reduzieren die Schweißbildung erheblich. Jeder, der aktiv Sport treibt, kennt die Wechselwirkung. Man schwitzt bei Anstrengung und friert schnell in Ruhepausen. Anders mit Outlast. Man fühlt sich rundum wohl. Produkte mit Outlast beinhalten Outlast Thermocules. Diese patentierten Mikrokapseln passen sich aktiv dem jeweiligen Körperklima an und reduzieren Überhitzen und Auskühlen, um so vor Schwitzen und Frösteln zu schützen. Der Prozess wiederholt sich beliebig oft. Wird es zu warm, nehmen die Outlast Thermocules überschüssige Wärme auf, die bei Bedarf wieder an den Körper zurückgegeben wird. Diese Änderung erfolgt innerhalb eines Temperaturbereichs, der der idealen Hauttemperatur entspricht. Das Ergebnis ein gleichbleibendes Mikroklima auf der Haut, welches das Wohlbefinden signifikant steigert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017